Manchmal scheint nichts mehr zu gehen und man freut sich darauf, wenn man jemanden hat, der alles regelt. So hier in Tokio, mitten auf der Kreuzung, wo offensichtlich die Polizei ein bisschen nachhelfen muss. Ob uns das genauso geht bei den Aktienmärkten, zum Beispiel bei Dow Jones, sieht er das Allzeithoch noch oder geht es doch nach unten. Wir stehen an einer spannenden Marke, das werden wir charttechnisch erklären. Heute in der BMP Paribas Born Academy schalten Sie ein 18.30 Uhr wie immer mittwochs www.bornacademy.de